Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Russland einen Vernichtungskrieg vorgeworfen. Nach einem Frontbesuch sprach er von schweren Schäden in der Stadt Scharkiv und berichtete von Zerstörungen im Donbass. Zelensky hatte angekündigt, darüber auch per Zuschaltung bei einem an diesem Montag beginnenden EU-Gipfel in Brüssel zu sprechen. Nach einem unangekündigten Besuch in der umkämpften Region Scharkiv im Osten des Landes zeigte sich Zelensky erschüttert. Schwarze, ausgebrannte, halb zerstörte Wohnhäuser blicken mit ihren Fenstern nach Osten und Norden, dorthin von wo die russische Artillerie schoss, sagte er in einer Videobotschaft. Russland habe nicht nur die Schlacht um Scharkiv, sondern auch um Kiew und den Norden der Ukraine verloren. Es hat seine eigene Zukunft und jede kulturelle Bindung zur freien Welt verloren. Sie sind alle verbrannt. Die Reise nach Scharkiv war der erste bekannte Besuch Zelenskys im Frontgebiet seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Bei dem Besuch habe er den örtlichen Chef des Inlandsgeheimdienstes, SBU, entlassen, teilte Zelensky mit. Weil er seit den ersten Tagen des Krieges nicht für den Schutz der Stadt gearbeitet hat, sondern nur an sich gedacht hat. Der Fall sei der Justiz übergeben worden. Zelensky warf Russland auch die weitgehende Zerstörung der Großstadt Siewiero Donetsk im Donbass vor. Die gesamte Infrastruktur sei vernichtet, sagte er in einer Videobotschaft. 90 Prozent der Häuser sind beschädigt. Mehr als zwei Drittel des Wohnbestands der Stadt sind komplett zerstört. Ständig werde die Stadt angegriffen. Moskau wolle seine Fahne auf dem Verwaltungsgebäude hießen, das am dortigen Boulevard der Völkerfreundschaft stehe, sagte Zelensky. Wie bitter dieser Name jetzt klingt, seit Monaten ist Siewiero Donetsk Ziel von Angriffen. Die Stadt gilt als letzter Punkt, den das ukrainische Militär in der Region Luhansk noch kontrolliert. Der russische Außenminister Sergej Lavrov bezeichnete die Einnahme des Donbass unterdessen als bedingungslose Priorität. Es gehe darum, die ukrainische Armee aus den von Moskau als unabhängige Staaten anerkannten Gebieten Donetsk und Luhansk zu drängen, sagte Lavrov dem russischen Außenamt zufolge in einem Interview mit dem französischen Sender TF1. Das Ministerium veröffentlichte die Antworten am Sonntag auf der Internetseite. Lavrov sprach in dem Interview erneut von einer angeblichen Befreiung des Donbass vom Kiewer Regime. Er äußerte sich auch auf eine Frage zur Gesundheit Putins. Der Präsident erscheine täglich in der Öffentlichkeit, betonte der Außenminister. Sie können ihn auf den Bildschirmen beobachten, seine Auftritte lesen und hören. Ich glaube nicht, dass vernünftige Leute in diesem Menschen Anzeichen einer Krankheit oder eines Unwohlseins sehen können.